Ankommen, abschalten, atmen. Und nun atmen wir auf einem langen S alles raus. Auf S und SCH. Singen wir lange Töne und der Anfangston ist DU. Eins, zwei, drei, vier. Einen langen Atem zu haben und auf Momomom dreimal durchzukommen. Wir singen Mom, Mem und Nim. Ding, deng, dong, lange Vokale und langer Atem. Man kann auch mit verschiedenen Charakteren spielen. Ding, deng, dong, ding, 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 Ich laufe, am Morgen setze mich raus, am Morgen trinke Kaffee. Nun folgt eine Übung für die lockere Höhe in vier Varianten, aber es sollte immer nur eine ausgeführt werden. Und Übung drei. Eine Übung für die leise Kopfstimme und die powervolle Bruststimme. Ihr könnt in der Lage singen, die euch am besten liegt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017